Ja Freunde, ich habe es euch versprochen, ich stelle euch meinen Lieblings-Drogerieduft vor, Sumatra Rain oder Sumatra Wayne, wie man auch in Hamburg sagt. Warum prangert ihr das immer an? Ich komme aus Hamburg, hier spricht man manche Wörter ein bisschen anders aus. So, Sumatra Rain für euch hier. So, geil. Und ich habe auch die Ableger, die ist noch seltener zu bekommen, oder sie sind so, es ist allgemein so schwer zu bekommen, dieser Duft, leider schon vor Jahren eingestellt. Selbst die Marke Mühlens gibt es nicht mehr, dazu aber gleich mehr. Und ja, ich möchte euch einen meiner Lieblingsstifte mal jetzt gerne vorstellen, das habe ich versprochen. Es wäre natürlich geil, wenn das hier einige gucken und auch wissen, weil den Duft, den könnt ihr ab und zu bei Ebay und auch auf einer bestimmten Seite steigern, würde ich mal sagen, kaufen. Und ich hoffe, dann bekommt ihr ja was Gutes und keinen Gekippten und die sind wirklich nice noch. Und ja, ihr solltet den hier, um den geht es, für die Leute, die das nicht wissen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt und der Hauptdarsteller und das sind seine Brüder. Ja, und für alle 9, drückt die Glocke, abonniert mich, bleibt hier. Mein Name ist Dennis aus Hamburg, wie gesagt. Ja, ach, geil, jetzt kommen wir mal dazu. Ich habe da zwei Stück, einmal 75 ml und einmal 100 ml. Geil, so. Geil, das war die zweite Auflage, glaube ich, mit dem schwarzen Deckel oder beziehungsweise schwarzen Sprüher. Ja, und das war die erste, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber da wurde nichts reformuliert und so weiter. Es war einfach nur die erste Auflage und die zweite Auflage. Und dieser Duft ist einfach wie ein Regenwald. Kennt ihr die Werbung noch, wo der Typ da mit seinen langen Haaren oben, ohne durch den Regenwald, glaube ich, glaube, ein Papagei war auch noch zu sehen. Absolut grün, frischer Duft, obwohl, ne, ja, grün, Bergamotte, ein neuer Duft, äh, Zitronen, in der Kopfnode. Richtig geil, die Brand kommt von Mühlens. Mühlens gibt es auch schon lange nicht mehr. Sehr schade. Ich finde auch dieses milchige Glas und diesen Flakon und diesen Juice hier drin, das ist absolut eine Augenweite. Das passt einfach. So, und ich weiß, es gibt viele Drogerie-Düfte. Ja, man kann ihn auch nicht mit einem süßen Duft vielleicht vergleichen, logischerweise nicht, auch wenn er süßlich ist, etwas. Aber für mich, das ist meine Meinung, für mich ist es der beste Drogerie-Duft und da gibt es viele gute, aber das ist er. Es hat natürlich auch, das sind Erinnerungen von früher, da war ich noch jung. So, und, ähm, absolut geil. Weil, wie gesagt, ich mache das hier schon 30 Jahre. So, und das ist, da haben andere noch in die Windeln geschissen. So, und, äh, das muss man auch mal, äh, stehen lassen. Und dieser Duft, absolut geil. Wie gesagt, ihr habt Zitrone, ich werde es hier einblenden, Zitrone, Bergamotte in der Kopfnode. Absolut nice. Ihr habt dann Jasmin, ihr habt Rose, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dann zum Schluss Sandelholz. Es ist einfach das ganze Zusammenspiel. Es ist ein grüner, frischer Duft, der leicht süßlich ist, der dann aber auch noch diese Feuchtigkeit mitbringt, wie in einem Regenwald. Das ist schon geil gemacht. Feuchtigkeit, oder in diesem Duft, kann ich nicht wirklich beschreiben. Er ist ein bisschen, schwülzig oder schwül. Ja, das ist ja Feuchtigkeit, schwül. Ich kann das nicht wirklich, das ist nicht negativ gemeint. Das ist in dem Fall wirklich positiv. Das ist ein saugeiler Duft. Und schade, das ist auch nicht mehr so eine Art. Und ich habe mal ein, ich werde diese Brands auf meinem Kanal nicht, ich werde hier keine irgendwelche Brands, die jetzt aus dem Boden da stampfen, hier jemals auf meinen Kanal erwähnen. Das schon mal gleich vorweg. Es gibt aber, das waren die ersten, glaube ich, von Eclat, glaube ich. Das ist auch so eine Brand. Das ist die einzigen, die sind aber auch nicht penetrant und hauen irgendwo, was weiß ich, Werbung unter. Sondern Eclat macht von Anfang an das. Und da kenne ich den Sumater Rain. Für euch Sumater Rain. Für die Hamburger Sumater Wayne. Haben sie da nachgebaut. Der ist gut, aber du kannst den nicht mit dem Original vergleichen. Wirklich nicht. So, und jetzt aktuell, glaube ich, selbst die haben das geändert. Habe ich mal gehört vor langer Zeit schon bei, ich kenne nämlich jemanden, der hat die mal gekauft von dort. Und deswegen kannte ich den. Aber das ist noch eine Marke, okay, die habe ich jetzt erwähnt, aber das ist auch die erste Marke, die es gab. Alle anderen, die da jetzt irgendwie kommen, werde ich, das interessiert mich nicht, werde ich hier niemals, weil immer auch Fragen kommen, werde ich hier nicht vorstellen. So, Fakt ist, dieser Duft, wenn ihr ihn bekommen könnt, müsst ihr euch ihn holen. Schön grüner Duft. So, und dann kommen wir zu den Ablegern. Das sind, die sind so wirklich auch früher so leider untergegangen, muss man sagen. Und zwar der Fresh und der Wood. Gut, die sind wirklich untergegangen. Ich hatte sie natürlich trotzdem oder habe sie trotzdem, hatte früher. Und ich muss einfach sagen, natürlich, man hat immer nur das Original im Kopf gehabt. Immer, was heißt im Kopf gehabt, oder benutzt, viel benutzt. Und ja, aber dadurch, dass ich früher viel verbraucht habe, geil, hier, das ist voll, ne. Ey, das ist, und die sind noch viel schwieriger. Die sind ja, oder diese Brand, beziehungsweise dieser Duft ist ja so schwer zu bekommen. Und die beiden, ach, geil. Hier habt ihr, ich habe keine Inhaltsstoffe für diesen Duft. Ihr habt dasselbe, nur das Grüne ist schon da, aber es kommt die Holzigkeit, die sehr schön cremig ist. So eine Art, so ein bisschen Orange mit Holz. Das ist sehr geil verfeinert. Muss ich sagen, wirklich sehr geile Ableger. Und fand ich früher auch schon geil. Ich fand auch den Fresh geil, dazu kommen wir gleich. Aber ich habe immer natürlich das Original getragen. So, A ist schon geil. Ja, das ist auch geil. Und der Fresh ist eben dasselbe. Das sind doch geile Sprühe. Man darf nicht vergessen, das ist von Plastik, ne. Aber, ja, hier habt ihr so ein bisschen noch mehr Frische. Das Grüne wurde zurückgenommen, das Schwülzige, also dies wurde auch zurückgenommen. Das wurde aber auch hier schon zurückgenommen. Also richtig Regenwald ist das hier nicht mehr. Das hier natürlich auch nicht. Da müsst ihr euch so vorstellen, ja, wenn ihr aus dem Weg Regenwald so ein bisschen raus geht und ihr habt einen freien... Ich stelle mir das immer so vor, kennt ihr das, wenn ihr... Oh, ich war noch nicht in Regenwald, aber wenn ihr dann an so einer freien Stelle kommt, wo ihr den Himmel seht und dann ist ein Wasserfall da, dann passt dieser Duft. Fresh, wirklich, ne. Grün, er bleibt trotzdem grün ein bisschen, aber sehr frisch. Und hier im Endeffekt auch ein bisschen das Heuzige. Und wenn ihr reingeht im Regenwald wieder, dann habt ihr eben das Original Sumatra Vane. So kann ich euch das leider nur, was heißt leider, am besten erklären, diesen Duft. Weil es gibt ihn seit zig Jahren nicht mehr. Ich kann euch aber, wenn ihr... Es ist... Mann! Das ist ein Drogeriethof gewesen, aber ich muss sagen, obwohl ganz früher, da hatte man das ja noch nicht so viel mit Drogerie, aber im Endeffekt, es fällt ja darunter und ich kann auch nicht mehr sagen, was der gekostet hat. Aber Fakt ist, wenn ihr den bekommen könnt und am besten die hier noch, Leute, ihr müsst das holen, wenn ihr auf so eine Art, die ich jetzt oder das, was ich euch jetzt hier erklärt habe, steht. Das ist nicht so typisch, ja, die typische frische, grüne, holzige. Nein, das ist was anderes. Das ist einfach was anderes. Es gibt oder es gab, sorry, es gab diesen Duft so bis heute 2024 nicht mehr. In dieser, keine von den beiden finde ich. Also wenn noch den eher, aber ich wüsste jetzt auch keinen, aber keinen und schon gar nicht das Original, riecht irgendwie so wie Sumata rein. So, kenn ich keinen. Tut mir leid. So, und viele sagen ja, der riecht so, nein, nein, ich habe noch keinen wirklich so gerochen und will ich auch nicht. Es ist, ich habe hier noch, das werde ich nie leer machen, ich habe hier auch noch den anderen, den kleinen 75 ml und das ist schon nice und ja, geil. Und dann mit dem Papagei da drauf. Es ist einfach eine geile, die geile Idee früher gewesen. Schade, dass es die nicht mehr gibt im Endeffekt oder dass manche Leute den nicht mehr erleben dürfen und so weiter. Es ist auch egal, was für Inhaltsstoffe da drin sind, egal eigentlich, wie er riecht. Ich wollte ihn einfach mal vorstellen. Ihr wisst, wie ich das meine. Egal ist es natürlich nicht. Aber es ist einfach ein Regenwaldduft. Es ist, Regenwald ist es ja nicht unbedingt kühl. Also es ist schwül warm, trotzdem grün frisch. Flüssige, also wenn es ist warm, flüssiges Wasser läuft. Aus welchem Film war das? Ach, egal. Nein, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist das so, das ist ein geiler Duft. So, wenn ihr ihn bekommen könnt, guckt mal danach, wenn zuschlagen und natürlich den Typen sagen, kommt, übertreibt es nicht mit euren Preisen, auch nicht bei denen und sagt hier, nehm ich. Und es muss natürlich nicht gekippt sein. So, ich habe das Glück, ich habe so viel Düfte, aber es ist noch nicht über die ganzen Jahre, ist noch nicht ein Duft bei mir gekippt. Noch nicht ein Duft. So, daher, aber andere halten die vielleicht auch an. Ich habe einen Parfümschrank und so weiter, ich halte sie im Dunkeln, andere machen das vielleicht nicht. So, das war's und dann bin ich raus und bis zum nächsten Mal. Okay, wir werden uns bis zum nächsten Mal.